Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch ein Hallo an alle Filmfreunde. Heute geht es um die Buchverfilmung rund um den vierten Teil der Tribute von Panem-Reihe Lied von Vogel und Schlange. Ein Buch, das ja 2020 herausgekommen ist, auch von mir gelesen wurde, auch als sehr gut befunden wurde, was ja ein Prequel zu der Tribute von Panem-Trilogie ist, die ja bestimmt schon über zehn Jahre her ist, würde ich jetzt mal vermuten, also würde ich sagen, so Anfang der 2010er Jahre hatten ja die Jugenddystopien so ihre Hochzeit. Es sind danach viele Versuche gekommen, um den Panem-Hype sozusagen im Grunde zu übersteigern, übertreffen, was meiner Meinung nach nicht so gelungen ist. Ich glaube, Panem steht definitiv schon sehr für sich alleine, weil es eben diese Jugenddystopie auch im Grunde vorangebracht hat, wieder in die Gedanken gebracht hat, überhaupt dieses Dystopien-Science-Fiction-Thema ins Jugendbuch gebracht hat. Und Susan Collins hat hier wirklich Großes geleistet, wie ich finde. Die Tribute von Panem-Reihe ist eine Reihe, die ich bestimmt schon fünfmal auch gelesen habe. Sie gehört definitiv zu meinen Highlights in der Jugend-Fantasy-Dystopie-Sparte. Und ich war sehr, sehr gespannt, als bekannt wurde, dass eben Susan Collins an einer Vorgeschichte arbeitet. Ich sehe Vorgeschichten immer sehr kritisch, besonders, weil sie eben im Nachgang erschienen sind. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wenn die Vorgeschichte weit genug zurück ist, sodass man vielleicht nicht mehr diesen ganzen Bezug so direkt hat, wie bei House of the Dragon, so das Lied von Eis und Feuer zu Game of Thrones. Da gehe ich so ein bisschen mit. Ich fand es schon bei der Fantastischen Tierwesen-Reihe schwierig, eine Geschichte ja eigentlich zu erzählen, wo wir wissen, wie es irgendwie ausgeht. Das war mir zum Beispiel auch schon in manchen Teilen zu nah. Auch hier sind wir nur 60 Jahre vor oder ein bisschen was über, also 64 Jahre vor der Tribute von Panem-Reihe und wir erzählen die Geschichte eines Charakters, den wir eben auch in Panem kennen. Es ist nämlich die Geschichte von President Snow, der hier einfach nur Cornelius Snow ist, 18 Jahre jung oder alt, den Krieg vor zehn Jahren als Kind eben mitbekommen hat, also der dafür verantwortlich war, dass dann eben die Hungerspiele eingeführt wurden. Und ich fand das schon sehr spannend, dass man hier mal wieder einen böse Wicht im Grunde beobachtet, einen männlichen, arroganten, egoistischen Charakter, wie wir ihn ja in Panem in der Reihe kennengelernt haben. Und man uns eigentlich so ein bisschen erzählen möchte, wie sein Weg war. Natürlich wissen wir, wie es endet, wenn man Panem kennt, aber wir können uns ja überraschen lassen, was der ausschlaggebende Teil war, welche Verknüpfungen es gibt, was so auch dieser Hass auf, ja, im Grunde Distrikt 12 war oder auch auf Katniss oder auch auf das Singen, auf den Wald und so weiter. Vieles erzählt sich hier natürlich. Vielleicht so ein paar allgemeine Infos zum Film. Er geht 157 Minuten und ich muss sagen, es sind ja über zwei Stunden, also zwei Stunden 30 fast. Muss ich sagen, habe ich nicht so lange empfunden. Also muss ich tatsächlich sagen, ich habe keinmal auf die Uhr geschaut. Es gab so ein, zwei Momente, wo ich dachte, naja, jetzt könnten wir auch mal weitermachen. Aber es war nicht, dass ich sage, ich hätte mich gelangweilt oder mir wäre das wirklich so lange vorgekommen. Aber mehr ist freigegeben ab zwölf Jahre, was ich tatsächlich auch okay finde, obwohl nicht explizit so auf, ja, Tötungsszenen mehrfach irgendwie eingegangen wird. Man erahnt oft oder es wird gut vorher weggeblendet, aber ich finde 12 definitiv für, ja, die ganz Panem-Reihe definitiv ein gutes Alter. Es ist, Regie führt auch derjenige welche, der Regisseur, der schon Tribute von Panem 2 bis 4 gemacht hat, nämlich Francis Lawrence. Musik haben wir wieder von James Newton Howard, so rum, glaube ich. Und ja, mag ich. Also ich kenne viele Alben-Soundtracks von Howard und ich mag die immer gerne. Auch hier finde ich es bedingt gut. Dazu kommen wir später. Sonst haben wir aber keine bekannten Gesichter aus der Panem-Reihe. Wir haben natürlich Charaktere, denen wir in Panem in der ursprünglichen Trilogie oder in der Filmreihe, Filmreihe waren es ja vier Teile, über den Weg gelaufen sind, wo wir irgendeinen Bezug herstellen, aber die Geschichte löst sich doch sehr von Panem. Vielleicht vorab, ich glaube, man kann diesen Film anschauen, ohne die Panem-Reihe zu kennen. Ich glaube, man kann sich ihn angucken und danach die Panem-Trilogie lesen, anschauen. Manche Bezüge machen aber natürlich viel mehr Sinn und Spaß, wenn man sie entdeckt und dann eine Verknüpfung zur Panem-Reihe sozusagen ziehen kann. Das ist natürlich auch wie zum Beispiel beim Hobbit und der Herr der Ringe. Da gibt es ja auch ganz viele Verknüpfungen, wo man sagt, ah, genau, und da hat er damals das und das hat in der Zukunft diese Auswirkung. Und so funktioniert das hier natürlich auch. Ich glaube, man sitzt als Panem-Fan schon da, freut sich über die Dinge, die so Sinn dann ergeben. Und ja, ich glaube, es macht mehr Spaß, aber ich glaube, man kann ihn auch ganz unabhängig voneinander lesen oder dann eben auch jetzt anschauen. Ja, so viel zur Theorie. Kommen wir so ein bisschen vielleicht noch kurz zu meinen Buch Erinnerungen, die jetzt doch schon drei Jahre her sind. Also ich habe es in sehr positiver Erinnerung. Ich mochte, dass wir hier auch diese Ich-Perspektive haben, die wir in der Panem-Reihe hatten. Da waren wir sehr nah an Katniss Everdeen. Hier waren wir sehr nah an Cornelius, wie auch immer, Collie. Da ist nämlich irgendwo noch ein L. Snow. Ich mochte das gerne. Ich mochte die verschiedenen Kapitel, die aufgemacht werden. Ich mochte, dass wir seine Motivation hatten, seine Emotionen, seine Gedanken, seine Gefühle und er uns die immer sehr direkt widergespiegelt hat, weil wir eben in der Ich-Perspektive waren. Es ist kein sympathischer Charakter und das möchte er auch gar nicht sein. Weder zu Beginn noch zum Ende hin. Und wir wissen dann alle, dass er zwar ein gelungener Bösewicht ist, aber eben, ja, ich glaube, keinem geht das Herz auf, wenn er President Snow sieht. Außer in der deutschen Synchro, da wird er ja gesprochen von Kluckert, der ja auch Benjamin Blümchen spricht. So, für alle jetzt das Bild des Elefanten in Panem, der eigentlich nach Otto ruft und nicht nach Katniss. Aber so viel, das spielt sich dann in meinem Kopf sozusagen ab. Ich hatte schon große Erwartungen an den Film, weil natürlich die Panem-Filme mich damals auch wirklich geflasht haben. Also besonders eins, zwei, drei fand ich so ein bisschen semi, aber vier, da bin ich so heulend und emotionsgeladen aus dem Film raus. Also ich fand eins bombastisch und würde dann den vierten auf Platz zwei packen und Platz zwei und drei, ja, die teilen sich dann wahrscheinlich ein bisschen den dritten Platz. Was so ein bisschen an der Action, an dem Pacing liegt, vielleicht auch an Katniss, wie sie uns dann so ein bisschen auch gezeigt wurde und auch so einen manchen Nebencharakter, der mir ein bisschen gefehlt hat, beziehungsweise manche auch zu over dabei waren, also zu drüber waren. Aber so würde ich das ein bisschen einordnen. Und ich weiß noch, wie ich nach diesem ersten Buch und nach diesem ersten Film so geflasht, begeistert war und so ein bisschen was habe ich hier auch erwartet. Mir ist aber natürlich klar, dass Snow keine Katniss ist. Das ist ganz logisch, also für mich, weil wir natürlich ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Bindung zu einer Katniss Everdeen aufbauen können, als zu einem Snow, wo wir eben so ein bisschen schon wissen, wo führt uns der Weg hin. Und meine Erwartung war schon hoch, aber mir war klar, dass das nicht daran kommen kann. Und so viel sei gesagt, ich hatte mit meiner vorigen Gedankengänge auf jeden Fall oder mit meiner Erwartungshaltung auch ein bisschen recht. Ja, die Geschichte spielt zu den zehnten Hungerspielen, beziehungsweise erfahren wir eben auch zehn Jahre vorher, wie war der Krieg, wie ging es Snow, wie hat er seine Eltern verloren, warum wächst er bei seiner Großmutter auf, seine Cousine Titris, Tatris, Titris, Tierris, ja, die kennen wir auf jeden Fall aus der Panem-Reihe. Mein Gott, ich habe es echt nicht mit Namen. Nein, da erfahren wir so ein bisschen, wie die Familienkonstellation ist, dass Snow eigentlich, also sein Vater, ein großer, bekannter Mensch im Kapitol war, dass auch an diesem alten Wohlstand so festgehalten wird, obwohl da eigentlich gar kein Wohlstand mehr ist. Und er ist jetzt eben 18, zehn Jahre später nach dem Krieg. Es gibt die Hungerspiele, die vom besten Freund seines Vaters mehr oder weniger mit erfunden wurden. Es gibt verschiedene Motivationen, was hinter diesen Hungerspielen steht oder auch diese Thematik, für was sind diese Hungerspiele, für was stehen die, wird in der Verfilmung im Grunde immer wieder gefragt. Es werden die Schüler an dieser Schule immer wieder gefragt, warum machen wir das eigentlich, für was ist das gut. Jeder hat natürlich so ein bisschen seine eigene Antwort. Und Snow gibt dann gegen Ende auf jeden Fall, glaube ich, die richtige Antwort, die ihn dann eben ja auch 65 Jahre weitertragen. Es ist jetzt so ein bisschen anders, es soll eigentlich ein Stipendium geben für den besonders begabtesten Schüler, was er wohl wäre oder ist. Und man ändert aber jetzt hier die Regeln und sagt, okay, es gibt jetzt Mentoren für die 24 Tribute und wie man sich da eben als Mentor verkauft. Es geht wohl nicht nur um den Sieg des Tributs, sondern drumherum eben auch um alles andere. Wie verkauft man das? Wie geht man mit der Presse um? Und wie schafft man es, Nähe zwischen seinem Tribut und den Menschen zu bringen? Weil man möchte eben die Hungerspiele so ein bisschen näher ans Volk bringen. Und ja, er bekommt eben Lucy Gray, den Tribut aus Distrikt 12, aus dem dann im Grunde auch Katniss herkommt, also aus dem untersten Distrikt, aus dem ärmsten Distrikt. Und er sieht hier seine Stipendiumsfälle schon wegschwimmen und macht sich nicht viel Hoffnung. Aber er wäre am Ende ja nicht Präsident, wenn er nicht die ein oder andere gute Idee hätte. Und die hat dann eben durchaus mit dem Singvogel und Schlangen zu tun. Lucy Gray ist eigentlich so ein singendes Volk in Panen, die irgendwann eben dem Distrikt 12 zugeordnet wurde. Sie hat auch keine Eltern, kümmert sich so ein bisschen um ihre Gemeinschaft. Man könnte sagen, sie sind so ein bisschen hippiemäßiger unterwegs. Und ja, sie wird da ausgewählt, ist nicht begeistert, weil es dort eben auch bei der Auslosung nicht mit rechten Dingen zu ging. Landet nun im Kapitol und hat Snow vor sich als 18-Jährigen, der ihr scheinbar etwas Gutes möchte, sie dem aber natürlich nicht ganz so glauben kann. Ja, zwischen beiden spinnt sich ein bisschen mehr als Mentor und Tribut zusammen. Und das nimmt dann so ein bisschen seinen Lauf. Und wir sind dann eben bei den zehnten Hungerspielen, die noch ganz anders sind, als wir es dann 60 Jahre später sozusagen kennen, sind wir mit dabei und erleben eben, wie aus Menschen, aus Kindern Tribute werden. Und dann eben auch Mörder oder tote Kinder und Jugendliche. Und das ist immer was, was ich wirklich ganz schlimm finde und was mich wirklich immer sehr so innerlich zerreißt. Das war ein bisschen zur Rahmenhandlung, der wir jetzt eben über zwei Stunden folgen. Und ich fand es wirklich gut gemacht. Ich mochte die Bilder, die uns gezeigt werden. Ich mochte die Kostüme, das Bühnenbild. Ich mochte, wie uns die Spiele präsentiert wurden, in der Zoo, wo die Tribute aufbewahrt wurden, bis es dann eben ging. Ich fand es spannend, wie man so dann eben die Entwicklung erkennt und sieht, zu den Spielen, die jetzt ja in den 70ern spielen sozusagen, ein großes Tohu, Wabohu sind. Das sind sie damals eben noch gar nicht. Wir haben natürlich auch einen Moderator, der meiner Meinung nach aber leider so gar nicht an den rankommt, den wir aus Panem kennen. Wir haben natürlich einzelne Charaktere, die mehr oder weniger guten Job machen. Ich mochte tatsächlich Tom Blythe als den 18-jährigen Snow ganz gerne. Ich hätte mir gewünscht, dass er eine Spur mehr Snow ist, wie wir ihn kennen. Einfach um diesen Bezug im Kopf hinzubekommen. Er macht schon sehr sein eigenes Ding, was ich auch okay finde, denn auch Snow entwickelt sich natürlich in den nächsten 60 Jahren einfach weiter und wird ein anderer Mensch. Aber gerade gegen Ende hätte ich mir mehr arrogante Züge gewünscht, ein bisschen mehr Erhabenheit, wie man es dann kennt. Dass er das zu Beginn vielleicht noch nicht so hat, kann ich nachvollziehen, aber gegen Ende hätte ich gern so ein bisschen diesen Switch gesehen und erlebt. Überhaupt kommen wir Snow nicht sehr nah. Man muss ja bedenken, die Buchvorlage ist in der Ich-Perspektive geschrieben und auch die Katniss-Reihe sozusagen war so und auch die Filme rund um Katniss Everdeen waren sehr nah an Katniss und haben uns viel ihrer Gedanken und Gefühle gezeigt und das auch immer wieder besprochen. Und das fand ich gut. Hier fehlt uns manchmal dieser Part, obwohl auch das Buch in der Ich-Perspektive ist. Mir fehlt oft die Motivation, die Gedanken, die Pläne von Snow, wo ich mich immer so ein bisschen frage, warum macht er das jetzt? Warum wird mir das nicht erzählt? Warum spricht er nicht mit irgendjemandem, wenn man eine Figur seines Vertrauens eingeführt hätte? Warum handelt er manchmal anders, als es scheint, dass er es denkt? Natürlich kann man sagen, er sagt dem Menschen das und das und will aber in den anderen Weg gehen. Aber ich muss doch für mein Empfinden irgendwie jemandem mit zugetan sein, mitgehen, emotional gebunden sein. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt tatsächlich. Also das hat die andere Filmreihe definitiv besser gemacht. Er als Schauspieler war gut. Ich mochte viele der Frontalaufnahmen, der Gesichtsaufnahmen gerne, weil er ein tolles Minenspiel, Mimik, Minenspiel, ich glaube so, hatte. Das fand ich richtig gut, hat mir auch wirklich gefallen. Ich mochte auch, wie er einfach so gewirkt hat, allein mit seiner großen Statur und dem ganzen Erscheinungsbild. Und fand ich richtig gut. Was ich ihm nicht abgekauft habe, war dann so im letzten Drittel, als es ein bisschen gefühlsduseliger wurde, da hat die Chemie nicht so ganz gestimmt. Das muss ich tatsächlich leider sagen. Ganz schlimm. Und mit dieser Schauspielerin, also da werde ich überhaupt nicht mehr warm. Und zwar ist das Rachel Siegler, die man schon aus der Steven Spielberg-Verfilmung zur West Side Story kennt und ich glaube noch irgendeinem anderen Film, die die Lucy Gray spielt. Also die hat einfach immer gewirkt, als würde sie Schauspieler. Und ja, das macht sie ja auch. Aber es hat eben immer gewirkt, als wäre sie perfekt gestylt. Sie hat sehr selten einfach authentisch und echt und, also sie kommt ja aus Distrikt 12. Und natürlich war auch eine Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen geschminkt. Gar keine Frage. Aber es hat sehr echt authentisch gewirkt, mit möglichst wenig irgendwo was im Gesicht. Und bei Lucy Gray hatte ich so das Gefühl, man hat ganz viel noch gemacht. Die Wangen betont, die Augen und sie hat überhaupt nicht wie dieses arme Mädchen aus Distrikt 12 gewirkt. Über die Kleider, keine Frage. Sie war top angezogen und das war auch alles nachvollziehbar. Aber sobald sie auch gesungen hat, also es wird sehr viel gesungen, was auch durchaus Sinn macht. Aber es wirkt immer, wie wenn sie Schauspieler hat. Natürlich finde ich ja, man darf einen Schauspieler nicht ansehen, dass er Schauspieler hat. Und natürlich hat Lucy Gray auch eine Rolle gespielt, als sie der Tribut wurde. Aber ich fand das ganz schlimm. Ich fand es viel zu viel im Gesicht. Ich fand es viel zu viel Getue mit Arme und Körpersprache und Blicken, wo man dachte, wem will sie jetzt eigentlich gerade vernichten. Ich bin mit ihr nicht warm geworden. Sie war für mich nicht Lucy Gray. Die habe ich mir definitiv viel kleiner, zierlicher, zarter vorgestellt. Schon so ein bisschen durch ihr Gesinge ein bisschen bühnenmäßig affin. Aber nie, ja, ich bin leider mit diesem Charakter nicht warm geworden. Ich habe keine Emotionen empfunden. Von mir aus hätte sie da auch einiges mehr erleben können in den Hungerspielen. Also das ist ganz schlimm, tatsächlich, dass einem so ein wichtiger Charakter so egal ist. Also das kenne ich tatsächlich aus der vorhergehenden Filmreihe nicht. Da habe ich so viele Tribute ins Herz geschlossen. Rachel Siegler hat es für mich nicht geschafft. Also die fand ich, also die hat mir gar nicht gefallen. Die hat mir auch schon nicht in West Side Story gefallen. Es hat allerdings bei mir auch einen Moment gebraucht, ah, wo kenne ich die? Aber ja, wie ich ganz gut fand, war Viola Davis, die die Spielemacherin Dr. Goal, muss ich mir aufschreiben, gespielt hat. Die mochte ich sehr. Also die habe ich wahnsinnig gerne zugesehen. Die hatte durch ihre zwei verschiedenen Augenfarben, die hatte einen Blick, die hatte eine Mimik, die hatte eine Präsenz. Das war wirklich großartig. Kam schon so ein bisschen, ja, an den Spielemacher in Teil 2 der Panem-Reihe ran, dessen Namen mir gerade mal wieder abhanden gekommen ist. Blutag in den Filmen. Wie hieß der Schauspieler? Leider auch schon verstorben. Ist weg. Ich habe leider wirklich ein ganz schlechtes Namensgedächtnis. und die mochte ich wirklich sehr. Ich fand es toll, dass uns hier diese starke Frau gezeigt wurde, die genau weiß, warum sie diese Spiele durchführt, die sich nicht von Rebellen irgendwie ablenken, unterdrücken lässt, die sagt, sie geht hier ganz klar ihren Weg und wenn sie alle Tribute opfert. Und ja, die fand ich gut. Ich fand die auch in Kombination mit Snow richtig, richtig gut. Und da hat man so eine ganz gute Chemie gespürt. Das fand ich großartig. Mir hat auch Peter Tinklitsch als Dekan High Bottom gefallen. Ich mag Peter Tinklitsch ganz gerne. Zumindest so schauspielerisch. So als Mensch, was er manchmal so von sich gibt, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Gerade jetzt als dieses ganze Drama um Schneemittchen und die sieben Zwerge. Ja, aber gut, das ist was anderes. Aber er war ein cooler Dekan. Ich mochte seine dunklen Haare, ich mochte die Präsenz, der Mann kann schauspielern. Und ich fand auch hier die anfeindende Chemie zwischen ihm und Snow richtig, richtig gut. Und man, also ich musste sehr schmunzeln am Ende. Möchte jetzt gar nicht so spoilern. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, genau so geht es jetzt 60 Jahre weiter. Fand ich definitiv großartig. Es hat mir sehr gut gefallen, wie die Chemie hier zusammengepasst hat. Auch wie die Motivation hinter den Hungerspielen jeder anders so ein bisschen betrachtet. Und ich meine, um die geht es natürlich auch im Film. Alles in allem waren die Nebencharaktere, die anderen Tribute waren tatsächlich ganz gut. Auch die anderen Mentoren. Auch wenn wir dann bei den Friedensrichtern unterwegs sind, bekommt man recht wenig so ein bisschen mit. Fand ich aber gut gemacht. Ich muss sagen, es fällt jetzt bis auf Rachel Siegler niemand negativ auf. Muss ich ganz klar sagen. Aber es bleiben einem diese Charaktere auch nur sehr wenig im Gedächtnis. Also wenn ich denke, wie ich bei der Tribute von Pan im Reihe noch an einen Gay gedacht habe. An Prim, an Peter. Wie es weiter ging mit Heimitsch. Wenn man an Sinner denkt. Also das sind viel mehr Charaktere, denen man irgendwie so zugetan war. Das hat hier so ein bisschen gefehlt. Und dadurch, dass die emotionale Bindung sowohl an Snow als auch an Lucy Gray gefehlt hat, war so keiner da, wo man so ein bisschen mitfiebern konnte. Es wurde manches viel zu schnell erzählt. Manche Tode kamen viel zu früh. Manche Gewaltkreueltaten kamen zu früh. Beziehungsweise hatte man gar keine Zeit, irgendwie eine Bindung herzustellen und dann irgendwas zu empfinden. Und das ist tatsächlich sehr verschenktes Potenzial. Muss ich tatsächlich leider sagen. Was ich echt schade finde. Es war ein guter Film. Ich fand ihn wirklich gut gemacht. Ich mochte die Optik. Ich mochte einige Szenen darin. Ich fand es toll, wenn gesungen wurde. Weil ja viele Lieder auch einfach so ein Sidekick sozusagen an eben President Snow dann 60 Jahre später ist. Mochte ich wahnsinnig gerne die Ursprünge. Diese Lieder, die man dann auch aus den Büchern ja noch vermehrt kennt als im Film, dass man da einen Bezug hinnimmt. Ich fand es toll, dass uns erklärt wurde. Wo kommt die Liebe zu Rosen her? Was hat es mit den Liedern auf sich? Mit den Spottölbeln? Mit Distrikt 13? Warum ist Snow so verhasst auf gerade Katniss Everdeen? Das ist schon schön, dass uns das gezeigt wird, erklärt wird, dass wir so eine Ahnung haben, was 60 Jahre später im President Snows Kopf so vorgegangen sein muss, als er eben Katniss Everdeen sah und dachte, oh Gott, die wird mein Untergang sein. Und ja, er hat wahrscheinlich ganz viel geschlagen. Es war ein tolles Bühnenbild, tolle Kostüme, auch Make-up, auch wie Szenen gezeigt wurden, Dialoge fand ich richtig gut. Aber mir fehlt die Emotionen. Mir fehlt es, dass ich da sitze und um Tribute weine, um die Verzweiflung mitfiebere, auch mich für Snow irgendwie interessiere, wie sein Weg sein wird. Weil mir das eben gar nicht so klar ist, beziehungsweise weiß ich am Ende, dass er ja Präsident wird, aber seine Motivation, mir fehlt dieses Dransein, dieses Fühlen, diese Emotionen. Mir hat das einfach gefehlt. Ich glaube, es gab keinen Panemfilm, in dem ich nicht irgendwie weinend unterwegs war, auch in den Büchern. Und hier so gefühlt nicht mal beim Hinkersbaum, wo ich dachte, eigentlich da, da habe ich im Buch so geweint und war so emotional ergriffen. Und das ist natürlich kein Maßstab für alle, aber für mich, mir hat das gefehlt. Also ich fand es einen soliden, guten Film. Ich finde nicht, dass man ausgeschöpft hat, was man als Vorlage bekommen hat. Gerade die Ich-Perspektive, die hätte hier doch ein bisschen mehr Emotionen, mehr Bindung an Snow gebracht. Und so ein bisschen das letzte Drittel, dass mir zu viel in Snows Kopf passiert, wo ich dann auch sage, das kam jetzt doch überraschend, wie er das macht. Und so eine Mühe, so eine klitzekleine Zwischenszene, die so eine Verbindung irgendwie noch schafft. Ja, also es sind so Kleinigkeiten, die den Film manchmal für mich nicht ganz rund machen. Alles in allem sehenswert. Auch ein Film, den man sich durchaus immer mal ansehen kann. Wäre für mich jetzt aber kein Jahreskandidat, wie es zum Beispiel die Panem-Reihe ist. Also diese vierteilige Reihe gucke ich ja gefühlt wirklich jedes Jahr einmal. In diesem Jahr auch schon. Und das wird es aber für mich nicht. Und ich glaube, es ist auch immer einfach schwierig, eine Vorgeschichte zu erzählen, die so nah an dem ist, was man kennt. Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen man sich bei Harry Potter im Universum so schwer tut. Zum Beispiel die Rumtreiber zu erzählen oder die Geschichte von Voldemort oder wem auch immer. Weil das zu nah wäre, was mir vielleicht gefallen könnte. Aber man weiß natürlich, wie das für alle ausgeht. Und man ist da viel zu nah. Also dann lieber mal was erzählen, was einfach weiter zurückliegt. Was natürlich jetzt bei Panem schwierig wäre, weil wie weit will man zurückgehen? Und es ist schon spannend, so einen Charakter wie Snow erinnert natürlich so ein bisschen an Star Wars. Muss man natürlich auch ganz klar sagen, wie da das so gestrickt war. Aber da hatte man so ein Bindeglied. Ich weiß nicht, ob man hier auch irgendwie ein Bindeglied gebraucht hätte, der dann eben auch noch 60 Jahre später irgendwie eine Rolle spielt. Schwierig. Einfach vom Alter ist das tatsächlich schwierig. Aber ja, es war ein guter Film. Ich finde, man kann ihn im Kino sehen. Man hat die große Leinwand. Man hat gute Musik. Manche Songs war so ein bisschen, wo ich dachte, naja. Ob man das jetzt wirklich in der Kneipe im Kapitol oder im Distrikt 12 dann so gesungen hätte, sei mal dahingestellt. Distrikt 12 hat definitiv noch ein bisschen spaßiger gewirkt, als es dann bei Katniss der Fall war. Wo man sich auch fragt, war das damals auch schon so. Ja, aber alles in allem würde ich sagen, ein guter Film. Hat Spaß gemacht. Ich habe die 2 Stunden 20 auch genossen. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich hatte viele Huhu-Momente. Ich hatte direkt wieder Lust, die anderen Panem-Filme zu sehen. Also einfach, um zu sagen, so jetzt gucke ich das weiter. Die aber definitiv stärker ist. Also definitiv, wenn man der Panem-Reihe alles zwischen 8 und 10 Punkten gibt, müsste man hier wahrscheinlich so bei 6 Punkten von 10 ansetzen. 6 bis 7. Gab tolle Momente, tolle Dialoge. Aber alles in allem, mir fehlte einfach Emotionen. Mir fehlte die Bindung zu einem Charakter. Mir fehlte dieses Mitfiebern, Mitgehen, Mitleiden. Das war hier alles so ein bisschen kühler, distanzierter. Und das ist echt ein bisschen schade. Aber hat mir gefallen. Jeder, der Lust auf Kino hat, sollte sich den auch im Kino ansehen oder dann eben auf Streaming warten. Auch da wird er ja dann nächstes Jahr irgendwann verfügbar sein. Und es gibt dieses Jahr ja auch noch den ein oder anderen Kinofilm, auf den ich mich freue. Es gab den Trailer zu Wish, dem neuen Disney-Film und den Trailer zu Wonka oder Willy Wonka. Ich glaube, er heißt nur Wonka mit Timothée Chalamet. Warum heißen die Leute auch manchmal so kompliziert? Wie soll man sich das merken, wenn man eh kein gutes Nahrungsgedächtnis hat? Ja, also die zwei Filme wird es, denke ich, in diesem Jahr auch noch im Kino werden. Und da freue ich mich auch drauf. Und ja, es macht immer wieder Spaß. Ich bin gerne im Kino, viel zu wenig im Vergleich zu vielleicht noch vor vier, fünf Jahren, wo ja gefühlt jeden Monat irgendwie ein cooler Film rauskam. Das ist irgendwie jetzt so die letzten zwei Jahre vielleicht auch einfach verschiedenen Dingen geschuldet, unter anderem natürlich dem Streiks und dem großen Zeh. Aber ja, ich hoffe, dass das nächstes Jahr dann wieder ein größeres Kinojahr wird. Ich glaube, ich war dieses Jahr auch nur zweimal im Kino, oder? Und jetzt das dritte Mal. Ich glaube, so war es. Ja, ich bin natürlich sehr gespannt, ob ihr das Buch kennt, ob ihr die Reihe mögt. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auf den Film freut, ob ihr ihn schon gesehen habt. Wenn ihr mit mir ein bisschen über den Inhalt und Meinungen sprechen wollt und irgendwo Spoiler, dann kommentiert das natürlich so ein bisschen, sodass jeder, der ihn noch nicht gesehen hat und vielleicht nicht gespoilert werden möchte, dann auch ganz unvorbereitet in den Film gehen kann. Also lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch gehen. Ich hoffe, dass euch die kleine Review, meine Gedankengänge, die vielleicht manchmal ein bisschen witz sind, trotzdem gefallen haben. Und ich war auf jeden Fall sehr gerne im Kino und fand einfach das Feeling schon sehr gelungen. Und ich glaube, so das Kostümbild ist tatsächlich so mein Highlight aus diesem Film. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.